Ich bin also kein Opfer meiner Vererbung. Ich bin Meister meiner genetischen Aktivität. Ja, die Eigenschaft der Biologie ist einfach. Biologische Organismen passen ihre Biologie an, um in eine Umgebung zu passen. Eine Zelle liest also eine Umgebung und passt dann ihre Genetik und ihre Aktivität an. Nun haben wir aber ein Problem, und das ist zwar folgendes. Sagen wir, ich schaue mir die Aktivität meiner Leberzellen im Körper an. Ich sage, dass meine Leberzellen sich daran anpassen sollten, was in der Umgebung passiert. Woher weiß aber die Leberzelle, was in der Umgebung passiert? Die Antwort ist, die Leberzelle berührt die Umgebung nicht. Sie ist darauf angewiesen, was das Nervensystem an Informationen über die Umgebung in den Körper sendet, sodass die Zelle ihre Biologie daran anpassen kann, was in der Welt passiert. Da gibt es nur ein Problem, und zwar folgendes. Bewusstsein ist eine Interpretation. Mein Verstand interpretiert die Umgebung und sendet dann nicht die echte Information über die Umgebung, sondern meine Interpretation der Umgebung. Ich könnte also in einer perfekten, gesunden, glücklichen Umgebung leben, die mich unterstützt, aber wenn ich es so wahrnehme, dass es eine negative Umgebung ist, dann wissen meine Zellen in meinem Körper nicht, dass es eine gesunde Umgebung ist. Sie sehen nur die Auffassung, die ich ihnen schicke. Und deshalb wird Auffassung so wichtig, denn die Zellen berühren die Umgebung nicht direkt und sind auf die Interpretation des Nervensystems angewiesen, um ihre Biologie anzupassen. Wenn ich also meine Auffassung, meinen Geist verändere, meine Glaubenssätze über das Leben, verändere ich auch die Signale, die ich schicke und die die Funktion der Zellen anpassen. Und der Punkt ist wirklich bedeutsam. Ich bin kein Opfer meiner Gene, weil ich durch meine Fähigkeit, meine Umgebung zu verändern und meine Auffassung der Umgebung zu verändern, die Fähigkeit habe, meine genetische Aktivität zu kontrollieren. Ich bin also kein Opfer meiner Vererbung. Ich bin Meister meiner genetischen Aktivität. Wie verändern wir also unsere Auffassung der Umgebung? Ja, um zu verstehen, wie wir mit der Umgebung umgehen und mit der Auffassung umgehen, ist die wichtigste Tatsache, über die wir nun sprechen müssen, dass es einen Geist gibt zwischen der Umgebung und meinen Zellen. Und wenn ich Geist sage, denken alle eine einzelne Einheit des Geistes, aber das ist nicht wirklich wahr. Der Geist besteht aus zwei unabhängigen Elementen, die zusammenarbeiten. Sie haben unterschiedliche Funktionen und lernen auf verschiedene Arten. Es ist unsere Unwissenheit darüber, die das Problem erzeugt. Denn wenn wir über den Geist sprechen, denken wir, dass es diese eine Sache ist. Aber nein, es gibt zwei Geister mit verschiedenen Wahrnehmungen und verschiedenen Glaubenssetzungen und Einstellungen zum Leben. Der bewusste Geist und der unterbewusste Geist. Der Unterschied ist wirklich tiefgreifend. Der bewusste Geist, also der jüngste Evolution des Gehirns, ist der kreative Geist. Ich frage Sie, was Sie von Ihrem Leben wollen. Kreativität ist die Antwort des bewussten Geistes. Das ist derjenige, der in die Zukunft sehen kann. Das ist es, was Menschen so viel mächtiger macht als niedrigere Organismen, weil der kreative, bewusste Geist es uns ermöglicht, nicht nur eine Reizreaktion zu haben, wie bei niedrigen Tieren. Zwischen Reiz und Reaktion habe ich Kreativität. Ich kann verändern, wie ich auf das Leben reagiere. Ich bin der Meister davon. Es ist also der kreative Geist, der uns dabei geholfen hat, die Welt zu erschaffen. Was ist der andere Geist? Der unterbewusste Geist. Das ist ein Geist, der Platten abspielt. Es ist im Grunde ein Gewohnheitsgeist. Ich lerne ein Verhalten und sobald es da ist, drücke ich den Knopf. Und jedes Mal, wenn ich den Knopf drücke, spielt es das Verhalten ab. Ob es nun ein gutes oder ein schlechtes Verhalten ist, ist irrelevant. Es wird immer dasselbe Verhalten abgespielt. Wenn ich mir also die Welt anschaue, kann ich sie durch meinen bewussten Geist betrachten und Wünsche und Sehnsüchte anstellen, sagen, dass ich dies für mein Leben will. Oder, wie es die meisten von uns unbewusst tun, wenn wir uns die Welt anschauen, operieren wir eigentlich durch den unterbewussten Geist, die Programme, wie wir das Leben interpretieren oder wie wir auf das Leben reagieren. Und warum ist das so relevant? Die Antwort ist folgende. Die Programme im unterbewussten Geist kommen hauptsächlich vom Verhalten anderer Menschen, ihrer Mutter, ihres Vaters, ihrer Geschwister, ihrer Gemeinde. In den ersten sieben Jahren ihres Lebens haben sie sich Verhalten angeeignet, indem sie anderen Menschen beobachtet haben. Deshalb sind die grundlegenden Verhaltensreaktionen in ihrem unterbewussten Geist nicht ihre Wünsche und Sehnsüchte, sondern nur Kopien des Verhaltens anderer Menschen. Und das Problem ist, wenn ich aus meinem bewussten Geist heraus operiere, kontrolliere ich mein Leben auf die Art, wie ich es will. Aber wenn ich aus dem unterbewussten Geist operiere, nutze ich automatisch Verhalten, aber spiele Programme, die ich von anderen Menschen angenommen habe, die nicht mir unbedingt guttun. Und der letzte wichtige Aspekt ist folgender. Sie könnten sagen, warum sollte ich aus dem unterbewussten Geist heraus operieren? Ich könnte einfach meinen bewussten Geist nutzen. Ja, das ist eine gute Idee, nur es gibt ein Problem. Wenn wir denken, ist der bewusste Geist beschäftigt. Ich sage, erzählen Sie mir, was Sie am Montag um zwei Uhr machen. Und wenn Sie tatsächlich darüber nachdenken, läuft es einfach so ab. Wo ist die Antwort? Sie ist nicht da draußen. Sie ist hier drin. In dem Moment, in dem ich mich selbst frage, was ich am Montag um zwei Uhr mache, ist mein Bewusstsein nach innen gerichtet, in eine Art Rotationskartei. Aber wenn ich in einem Moment denke, bedeutet das, dass ich nicht aufmerksam bin. Das ist absolut wahr. Bedeutet das, dass wenn ich denke, ich aufhöre etwas zu tun, bis meine Gedanken vorüber sind? Also ich laufe die Straße entlang, habe einen Gedanken, bleibe stehen, bis der Gedanke vorbei ist und dann kann ich weitergehen? Nein! Und das ist der entscheidende Punkt. Wenn der bewusste Geist mit Denken beschäftigt ist, ist der unbewusste Geist das Standardprogramm, also der Autopilot. Mein bewusster Geist könnte also beschäftigt sein, aber mein unterbewusster Geist wird die Routinearbeit ausführen. Gehen, Autofahren, mit anderen Menschen kommunizieren. Dafür brauche ich meinen bewussten Geist nicht. Ich habe bereits Programme, wie ich das mache. Der Punkt ist also, wenn wir denken, nutzen wir nicht den bewussten Geist, um unser Leben zu kontrollieren, was sozusagen die potenzielle persönliche Kontrolle ist. Wenn wir denken, greifen wir auf unterbewusste Programme zurück und daher kommt das Problem. A, die Programme, die auf dem Unterbewusstsein spielen, kamen von anderen Menschen und B, die meisten dieser Programme, etwa 70% dieser Programme, sind negativ, entmachtend und selbstsabotierend. Und C, wenn ich diese Programme spiele, ist der Grund, warum ich unterbewusste Programme spiele, weil mein bewusster Geist mit Gedanken beschäftigt ist. Und das zu 95% des Tages. Wenn der bewusste Geist also mit Gedanken beschäftigt ist und ich unterbewusste Programme abspiele, dann bin ich derjenige, der mein eigenes Verhalten nicht beobachtet. Warum? Weil meine Beobachtung in meinem Kopf ist und denkt. Daher wird das automatische Verhalten, das abgespielt wird, von mir selbst nicht beobachtet. Das bedeutet, dass wir zu 95% des Tages nicht aus dem bewussten Geist heraus operieren. Wünsche, Sehnsüchte, was wir wollen. Also 95% des Tages sind wir in Gedanken und operieren aus dem Unterbewussten heraus. Was bedeutet das? Dass die meisten der Programme negativ und entmachtend und selbstsabotierend sind und es unsichtbar geschieht, stehe ich jeden Tag auf und sage, heute gehe ich meinen Wünschen und Sehnsüchten nach. Ich werde Liebe finden. Ich werde den besten Job finden, den es gibt. Ich werde gesund sein. Das ist meine Intention. Nachts mit einbezogenem Schwanz zurück. Doch, es ist nichts passiert. Wir sehen uns um und sagen, es liegt nicht an mir, denn ich bin mit der Erfolgsvision losgegangen. Ich bin also ein Opfer. Mein Leben liegt nicht in meiner Kontrolle. Und ich bin nicht erfolgreich, weil mir das Universum nicht hilft. Und das ist die Auffassung. Und es stellte sich heraus, meine Güte, das ist völlig falsch. Zu 95% des Tages haben sie sich selbst ins Bein geschossen und schlechten unterbewussten Programmen hingegeben. Am Ende des Tages schauen sie sich ihre blutenden Beine an und fragen, was da war. Sie haben das selbst getan. Was ist also die neue Biologie? Die neue Biologie sagt, dass wir zu 95% des Tages sabotierende Programme abspielen. Wenn wir aus dem Bewusstsein heraus operieren, wenn wir das Lenkrad in die Hand nehmen und das Fahrzeug steuern mit Wünschen und Sehnsüchten, was glauben sie, was wir manifestieren? Die Antwort ist wundervoll. Denn die Wissenschaft hat herausgefunden, dass das einzige Mal, dass die Menschen das tun, ohne es zu wissen, ist, wenn sie sich verlieben. Denn wenn sie sich verlieben, bleiben sie achtsam. Der Grund ist einfach. Die Sache, nach der sie ihr ganzes Leben gesucht haben, erscheint vor ihrer Nase. Wohin lassen sie ihren Geist nun wandern? Das ist das, wofür ich hier bin. Das ist es, warum ich hier bin. Das ist interessant. Denn wenn sie sich verlieben, ist in der ersten Periode, der aufregenden Periode, ich nenne sie Flitterwochen, das Leben einfach wundervoll. Egal, wie verrückt ihr Leben bis zu diesem Tag war, an dem sie diese Person treffen, an dem sie sich verlieben. Und am nächsten Tag ist es der Himmel auf Erden. Alles ist schön. Das Leben ist großartig. Das Leben ist wundervoll. Sie sind verliebt. Während dieser Phase frage ich sie, wie ist das Leben? Und sie sagen, ich liebe das Leben. Das Leben ist großartig. Das Leben ist wundervoll. Und am Tag, bevor sie diese Person getroffen haben, schien es das nicht zu sein. Nun haben sie diese Person getroffen und ihr Leben hat sich verändert. Was ist passiert? Und die Antwort ist so einfach. Die Wissenschaft hat erkannt, ab dem Moment, in dem wir uns verlieben, bleiben wir aufmerksam. Wir bleiben bewusst. Das bedeutet, dass wir unsere Hände am Steuer lassen und der bewusste Geist fährt. Wohin? Zu Wünschen und unseren Sehnsüchten. Was sind die Flitterwochen? Manifestationen von Wünschen und Sehnsüchten. Warum? Weil wir daraus operieren. Ja, aber leider dauern die Flitterwochen nicht an und wir sind zurück im normalen Leben. Es gibt eine einfache Auffassung, die wie folgt aussieht. Wie haben sie die Flitterwoche erschaffen? Sie sind achtsam geblieben. Sie haben aufgehört zu denken. Als sie dachten, haben sie sich auf schlechte Programme konzentriert. Als sie achtsam blieben, operierten sie aus Wünschen und Sehnsüchten. Das ist großartig, aber raten Sie mal. Selbst wenn sie verliebt sind, geht das Leben weiter. Es gibt einen Punkt, an dem die Dinge sie bewältigen müssen. Sie haben einen Job, ihre Aufgaben, sie müssen sich um Dinge kümmern, das Auto reparieren. Und was passiert, wenn das während der Flitterwochen passiert? Ich fange an zu denken. Ich muss das für die Arbeit tun. Ich muss mich darum kümmern. Die Konsequenz des Denkens? Ich lasse die Kontrolle los und gehe zurück zum standardmäßigen Unterbewusstsein mit dem negativen Verhalten. Und was ist die Konsequenz daraus? Sie haben aufgehört, das Leben aus Wünschen und Sehnsüchten zu erschaffen und sind zurück bei den Programmen, die sie hatten, bevor sie sich verliebt haben. Warum das relevant ist für die Flitterwochen? Weil ihr Partner noch nie diese negativen Verhalten gesehen hat, seit sie sich verliebt haben. Warum? Weil sie nicht auf die unterbewussten Programme zurückgegriffen haben, die sie sich von Menschen angeeignet haben. Das sind die Flitterwochen. Sie beide erschaffen Wünsche und Sehnsüchte und dann das. Ich fange an zu denken. Was passiert, wenn ich denke, ich schalte automatisch den Autopiloten an. Ich gehe zurück zu unterbewussten Kontrolle. Aber diese Verhaltensmuster sind überhaupt nicht meine. Und plötzlich fange ich an, diese negatives Verhalten an den Tag zu legen und mein Partner schaut mich an und sagt, wer bist du? Wo kam das her? Und hier ist das Problem. Ich bin derjenige, der nicht einmal gesehen hat, was ich gerade gesagt habe. Warum? Ich dachte nach, griff auf den Autopiloten zurück, mein bewusster Geist war mit Gedanken beschäftigt und hat das Verhalten gar nicht gesehen, das ich gerade abgespielt habe, das hauptsächlich negativ ist. Mein Partner sieht es, beschuldigt mich und sagt, hey, wer bist du? Und ich frage mich, wovon spricht sie? Warum? Weil ich derjenige bin, der nicht gesehen hat, was ich gerade gesehen habe. Und deshalb gehe ich in die Defensive. Wovon redest du? Oh, so bin ich gar nicht. Was ist die Konsequenz? Sie verlieben sich, werden achtsam, erschaffen aus Wünschen und Sehnsüchten heraus, manifestieren den Himmel auf Erden und dann müht sich das Leben ein. Und wenn sich das Leben einmischt, fangen sie an zu denken. Und in dem Moment, in dem sie anfangen zu denken, fangen sie an, auf den Standard zurückzugreifen, Autopilot, Unterbewusstsein. Und diese Programme kommen raus, ohne dass sie überhaupt sehen, was sie gerade gesagt und getan haben, weil es offensichtlich so negativ ist und ihren Partner verletzt haben. Und die Flitterwochen werden zu Kompromissen. Neues Verhalten zeigt sich, dass nie ein Teil der Flitterwochen war und überhaupt kein gutes Verhalten ist. Und das macht ihr Partner als Reaktion darauf, dass sie plötzlich anfangen, ihre Mutter oder ihren Vater zu spielen und es nicht zu sehen, ihre Partner. Aber es sieht, was passiert also? Ihr Partner ist derjenige, der sagen muss, ob es dieses Verhalten in dieser Beziehung akzeptiert. Und dann sagt er, nun ja, die meiste Zeit sind wir in den Flitterwochen, die wirklich toll sind und manchmal kommen diese hässlichen Seiten raus. Okay, manchmal ist er so. Ich werde es als Kompromiss eingehen. Ja, aber das ist nur ein Verhalten. Wenn mehr der unterbewussten Verhaltensweisen rauskommen, gibt es mehr Kompromisse. Und je mehr Kompromisse es gibt, desto weiter weg sind sie von den Flitterwochen. Und plötzlich ist das Leben wieder so, wie es zuvor war.